Musik Ich bin Johannes Prasek. Ich wurde am 10. November 1943 in Hamburg geköpft. Verwendet wurde das Tegelfallbeil. Das Opfer wird auf eine Vorrichtung gebunden, die seinen Hals direkt unter dem Fallbeil positioniert. Ich wurde hingerichtet, weil ich mich informiert habe. Weil ich zu meinen Überzeugungen gestanden habe. Weil ich ausgesprochen habe, was ich gedacht und geglaubt habe. Der offizielle Haftgrund lautet Zersetzung der Wehrkraft in Verbindung mit landesverräterischer Feindbegünstigung und Rundfunkverbrechen. Das Messer ist an einen 200 Kilogramm schweren Schlitten geschraubt und fällt aus einer Höhe von 1,5 Metern auf das Genick des Opfers. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Mein Vater war Maurer, meine Mutter Dienstmädchen. Prasek besuchte von 1922 an das katholische Gymnasium am Alsterufer und legte anschließend das Abitur am Johanneum in Hamburg ab. Theologie habe ich mithilfe privater Darlehen in Münster studiert. Dann trat ich meine erste Stelle in Wittenburg an. Von 1939 bis zu meiner Ermordung war ich Kaplan an der Herz-Jesu-Kirche in Lübeck. Der charismatische Kaplan war ein mitreißender Prediger. Er interessierte sich für Fotografie, Kunst, Musik und Literatur, war geachtet und gewann in Lübeck schnell Freunde. Zu seinen Gemeindemitgliedern pflegte er eine enge Beziehung. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit kümmerte sich Prasek, der schon während seiner Ausbildung polnisch gelernt hatte, um die polnischen Zwangsarbeiter, die seit Kriegsbeginn in Lübeck arbeiteten. Den katholischen Polen war jede Religionsausübung verboten. Der Priester hat für seine Gemeinde da zu sein, ohne Rücksicht auf Ansehen und gesellschaftliche Stellung. Gott macht keine Unterschiede. Wer sind wir, dass wir anders handeln könnten? Prasek nahm die Beichte ab, erteilte Absolution. Den Zwangsarbeitern war die Eheschließung verboten. Ratsuchenden Liebespaaren legte Prasek nahe, sich als verheiratet zu verstehen, wenn sie die Eheschließung gleich nach Ende der Nazi-Herrschaft vor der Kirche nachholen würden. Warum sollte man aufrechten Gläubigen die Ehe verwehren, wo doch nur die Erlaubnis einer weltlichen Macht fehlt? Prasek stand dieser weltlichen Macht und seiner totalitären Politik von Anfang an skeptisch gegenüber. Um sich zu informieren, hörte er englische Sender und verbreitete sein Wissen in Gesprächskreisen. Man hätte das Tun und Treiben von Kaplan Prasek hier in Lübeck und auch von Osnabrück aus ganz besonders scharf beobachten müssen. Laut Aussage seiner eigenen Eltern ist Prasek ein Revolutionär, ein Starrkopf größten Ausmaßes, den man an Ausübung seines Hohen Amtes am sichersten hätte hindern müssen. Prasek konnte und wollte nicht schweigen. Er wehrte sich gemeinsam mit seinen Kollegen Hermann Lange und Eduard Müller sowie dem evangelischen Pastor Karl Friedrich Stellbrink gegen die von den Nazis begangenen Morde an geistig Behinderten, indem er mitgeschriebene Predigten des Münsteraner Bischofs von Galen vervielfältigte. Dieser vielleicht wichtigste Grund für die Verurteilung wurde auf Anordnung Hitlers noch vor Prozessbeginn aus der Anklageschrift getilgt. Die Gestapo schleust den Spitzel Hans Lüers in die Gesprächskreise im Pfarrhaus ein. Er notiert unter anderem kritische Bemerkungen in einem von Prasek initiierten Soldatenkreis. Doch bei aller Offenheit ist Prasek nicht leichtsinnig. Wir dürfen und sollen uns dem Leide entziehen, solange uns das mit moralisch einwandfreien Mitteln gelingt. Nur, wenn wir keine moralisch einwandfreien Mittel mehr zur Verfügung haben, dann müssen wir das Leid als das im Vergleich zur verletzten moralischen Ordnung Gottes geringere Übel tragen. Auch wenn es schließlich gilt, dabei das Letzte des rein Natürlichen, Angenehmen und Nützlichen zu opfern. Am 28. Mai 1942 wird Johannes Prasek verhaftet. Er wird bis zu seiner Hinrichtung 532 Tage im Gefängnis verbringen, hauptsächlich in einer kleinen Zelle im heutigen Burgkloster. Er leidet unter Hunger, Einsamkeit und Kälte. Mit winzigen Stücken von eingeschmuggelten Hostien feiert er das heilige Opfer und zeigt sich in seinen Briefen unbeirrt. In diesem Fall ist es Größe, anders zu sein als unsere Zeit. Wir wissen, dass in diesen unseren Ideen die Naturgesetze und Gott auf unserer Seite stehen. Das gibt uns unsere Sicherheit. Den Mut, auch unter Umständen einer übermächtigen Gegenwart immer wieder ein Nein entgegenzurufen, auch wenn wir als Einzelne dann von dieser Gegenwart erdrückt würden. Man hat vergeblich versucht, Kaplan Prasek in der Haft zu brechen. Ihm war bewusst, dass das Todesurteil von Anfang an feststand. Für die Hinrichtung wurde er in das heutige Untersuchungsgefängnis Holsten-Glassis verlegt. Am 10. November 1943 schreibt Johannes Prasek in einem Abschiedsbrief Ich sterbe mit tiefem Dank an Gott für alles, Liebes und Leides, was er mir im Leben geschenkt hat. Ich weiß, dass immer alles nur ein Geschenk seiner Liebe war. Ich sterbe in herzlicher Liebe und in tiefem Dank gegen unsere heilige Kirche, durch die ich Gottes Kind und Priester werden durfte. Ich sterbe in der Liebe und Sorge um unser deutsches Vaterland. Möge Gott es segnen und schützen. Möge Gott es segnen und schützen. Möge Gott es segnen und schützen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020